Ja, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Büchervideo. Ich habe lange überlegt, ob ich zu Lars Newman etwas mache, habe mich dann aber doch dazu entschlossen von, wer ist da, Zack Jordan, weil ich finde, dass das eins der Bücher ist, wo die Beschreibung hinten ein ganz anderes Buch sich vorstellen lässt, als es eigentlich ist. Und ja, ohne Umschweife deswegen werde ich mich einmal darum bemühen, euch diesen schönen Text vorzulesen. Es handelt sich um wirklich Science Fiction, Science Fiction im Weltraum. Weit entfernte Zukunft, so wie sehe ich es zumindest, beziehungsweise eine völlige Parallelwelt wahrscheinlich, hat nichts mit uns zu tun hier. Also, Zarya ist der letzte Mensch im Universum. Seit die Menschheit ausgelöscht wurde, lebt sie inkognito auf Water Tower Station, einer riesigen Multikulti-Raumstation, die von hunderten verschiedenen Alienvölkern bewohnt wird. Als ihre Identität eines Tages aufzufliegen droht, muss Zarya fliehen. Eine abenteuerliche Jagd durch die Galaxis beginnt, an deren Ende Zarya das Geheimnis um das wahre Ende der Menschheit aufdeckt. Ja, wie klingt das für euch? Indiana Jones im Weltraum. Ein Mensch rettet sich, muss ein abenteuerliche, oder lass es, Tomb Raider, ich habe keine Ahnung, aber Science Fiction, das heißt, schöne Jagd, immer wieder knapp entkommen. Das habe ich mit diesem Text hier hinten verbunden. Hinten noch Andy Weir, der Autor von der Marziana, sagt, so muss eine Space Opera sein. Und Dennis E. Taylor, den ich auch durchaus schätze, von Autor, ich bin viele, eine abenteuerliche Achterbahnfahrt durchs Universum. Und tatsächlich ist so das erste Viertel, Drittel, ich weiß es gar nicht genau, ist schon so ein bisschen in diese Richtung und zeigt auch gleich das, was ich eigentlich am stärksten finde an diesem Buch, dieses Universum, was darauf aufbaut, dass alles miteinander verbunden ist und alles nach Intelligenzen eingeteilt ist. Man ist also eine Intelligenz der Stufe 1, 0, 2, 0, 3, 4 und mit Unterstufen und die kleinste Intelligenzen sind dann irgendwie Diener und umso höher du kommst, umso mehr kannst du erreichen, macht siehst mehr. Und das ist super mit diesen riesigen Raumstationen und das hat mir wirklich super gefallen und dann gibt es so einen kleinen Break irgendwie, der erst ganz gut wirkt, auch wenn ich tatsächlich zu vielen dieser Nebencharaktere hier kaum Bezug bekommen habe. Zum einen ist es super, muss man kurz von Anfang an sagen, wie Saria aufgezogen wurde, ja, einfach kreativ, sehr, sehr gut und erklärt dann auch, warum sie sich, gut, ja, also, sagen wir mal so, sie hatte die richtige Ausbildung, aber hier ist halt, hier wird ganz klar der Fokus auf die Intelligenzen gesetzt. Das heißt, eine 3-Intelligenz kann um ein Vielfaches mehr planen als eine 2-Intelligenz und so planen die zum Teil das, und ich spoiler jetzt, ist es eiskalt ein bisschen, es geht hier nicht anders, es planen im Grunde in ihren Plänen die Leben anderer über Jahre ein und oft oder in der Regel passiert das auch so. Und das geht hier bis auf die höchste Stufe Ebene, bis man dann halt doch irgendwann im ganz Großen ist. Denn dieses Buch hat 500 Seiten etwa und man endet nachher wirklich im Riesengroßen und Saria ist dann halt am Ende, ja, nicht mehr die kleine Saria. Und es ist, ich habe bemerkt, wenn es eine Intelligenz von 1-10 gibt, dann bin ich eine 3. Ich habe zwar irgendwie damit gerechnet, aber 200 Seiten mehr hätten diesem Buch durchaus gut getan. Und gerade am Ende ist es dann irgendwie sehr schnell vorbei für das, was es eigentlich in der Größe sein soll. Und ja, es ist ein ganz schwieriges Buch. Es hat mir durchaus gefallen. Am Ende musste ich sehr kämpfen. Wenn man am Ende kämpfen muss, ist es eigentlich nicht gut. Aber es ist halt tatsächlich, wollte ich dann schon wissen, wie diese Wahnsinns-Idee ausgeht. Und ich weiß gar nicht, ob es hier weitergeht. Ich weiß auch nicht, inwieweit es dann weitergeht, ob er dann ein bisschen kleiner geht. Dieses Universum finde ich super. Diese ganze Idee. Auch mal einfach, ich sage mal so, dann sterben nicht 100 Leute oder Taugen oder 100 Taugen, sondern eben 2 Milliarden, weil irgendein großer Krieg irgendwo ist. Also, das Universum ist sehr besiedelt. Es passiert sehr viel. Ich finde es sehr lebhaft. Durchaus neu. Und es ist halt echtes Science-Fiction. Also, das muss man einfach sagen. Da, wer eine Erde in der Zukunft braucht, der hat hier einfach keine Chance. Hier gibt es wirklich diesen einen Menschen, den man in diesem Buch trifft. Und der Rest ist hart Science-Fiction. Also, alles Mögliche, aber nichts, was man schon kennt. Und insofern ist es für Leute, die gerne A, dieses Intelligenz-Thema gut finden. Key ist es nicht unbedingt. Es geht um Intelligenz. Auch so ein bisschen dahinter. Und die wirklich diese Hard Science-Fiction mögen. Das heißt, nicht in diesem Fall auf das Wissenschaftliche bezogen, sondern wirklich nichts im Grunde auf die Realität bezogen, sondern wirklich alles, alles neu. Und Punkt 3, die viele neue Ideen mögen und das immer aufsaugen, auch für sich selber. Aber die sind hier genau richtig. Ich finde es gut, dass sowas veröffentlicht wird, aber es hat eine relativ kleine Zielgruppe. Und deswegen, ja, es ist nicht dieser Indiana Jones-Abenteuer-Trip im Weltraum. Das muss einmal ganz klar gesagt werden. Ja, aber sei denn, das kann man nicht von vielen Büchern sagen. Wenn ich in mein Buchregal gucke und mal würde ich mir ein Buch rausholen und sagen, wie heißt der Hauptdarsteller dann, oh puh, ja, dann hat man oft schon Probleme. Vielleicht beim ersten, dann weiß man es, aber Saja wird mir immer in Erinnerung bleiben, da bin ich ziemlich sicher. Und das ist doch auch schon eins, ein Markenzeichen. Ja, das ganz kurz und knapp einmal zu Last Human. Also wenn ihr Science-Fiction mögt, vielleicht seid ihr hier richtig. Sonst bleibt mir nichts zu sagen. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag, Abend oder gute Nacht, wann immer ihr dieses Video seht. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr meinem Kanal die Treue haltet. Auf Wiedersehen.